Der 1. FC Nürnberg gewinnt in Düsseldorf ein wichtiges Spiel nach der Niederlage am letzten Spieltag gegen Kiel und sichert sich wieder ganz wichtige drei Punkte und klettert unten so ein bisschen raus. Für Düsseldorf ist es bitter, weil die hätten oben dran bleiben müssen. Es ist auch insofern bitter, Düsseldorf hatte 67% Ballbesitz, also knapp 70%, hatten 15 Schüsse und davon nur einen einzigen aufs Tor. Und da frage ich mich, was habt ihr mit den 67% gemacht? Wenn ich mal hier sehe, Nürnberg 33%, dafür aber sechs Schüsse aufs Tor und auch deutlich die gefährlicheren Aktionen, da muss Düsseldorf sich schon vorwerfen lassen, dass sie gar nicht richtig ins Spiel reingefunden haben und auch mit Nürnberg nicht zurechtgekommen sind heute, zumindest am heutigen Tag. Und Dua hat ja kurz nach der Pause in der 47. das entscheidende Tor heute gemacht mit dem 0-1. Ja, sehr, sehr bitter für Düsseldorf auf jeden Fall. Weil die wollten natürlich auf jeden Fall oben dran bleiben. Aber wenn ich das mal sehe, den Ballbesitz und dann, was die an Schüssen abgeliefert haben, das ist eigentlich nur peinlich. Da muss man eigentlich sagen, dass Nürnberg das deutlich besser gemacht hat. Vielleicht nicht effizienter war, aber dieses eine Tor hat halt gereicht, um zu gewinnen und sich die drei Punkte zu sichern. Könnte nochmal ganz wichtig hinten raus werden für den Klub. Und Düsseldorf, ja, die haben die Chance erpasst, oben weiter dran zu bleiben. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen, Abonnier nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Video und ciao.